hallo und herzlich willkommen leute falls ihr euch mal daran erinnern könnt habe ich mal die demo von den reisen jetzt heute ist es offiziell raus am 30 diese folge wird aber erst am scheiße wird morgen erst rauskommen ja genau und aber als ich zockt habe ist es rausgekommen offiziell und wir waren und gespeicherdaten werden überschrieben verpiss dich lass uns da rein es ist soweit es ist official wow wir bleiben mgz cx jane was machst du denn hier mgx junge und renne ins spiel da sind wir 24 dollar geil es ist vielleicht nicht der schönste hart in der stadt aber es ist ein guter anfang egal wie es ein paar möbel auf der ort auf der ostseite ergattert ich muss nur alles packen damit es die wohnung gemütlich anfühlt danach sollte ich mein telefon zücken um nach einem job zu suchen ich will nicht meine rechnung nicht bezahlen können und jetzt macht euch welche aus meiner leitung junge pass mal auf ihre wohnung ist hier zu hause blau 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 und du kannst mir möbel einrichtungen halt dein mal so verwende i wunderbar alter schwede genau so wir richten das genau warte mal ich will nicht auf den wandschrank kicken so irgendwie wir machen das sowie zack steckdose genau daneben wo komm mal her hier mit die scheiß barocker sag eins zwei ne wunderbar level up los tiareten ne lampe ne gute hallo hallo was ist denn für eine scheiße man nimm den kleider kack weg wo ist denn jetzt mein scheiß okay nicht wie ich erhofft habe hier machen wir neben dem spiel der sessel da haben wir mal einfach hier in die ecke ne so wann haben wir noch hey wenn ich meinet sich bewerben nö normal die paint scheiß hier ich habe rubbellose verwenden junge rubbel hau komm glück ha scheiß hier ey nochmal komm hi 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 können wir uns hier umziehen haben wir schon irgendwas kleid guck mal ist kalt draus oder wat in die man in die baby baby man furchtbar ist haben wir da noch immer sind ist eine völlig scheiße hier Würde ich schwarze haben. Machen wir hier irgendwie noch geile... Oh mein Gott! Ey, sieht ja furchtbar aus jetzt. Mal weg. Weg. Kann ich mich schon irgendwo bewerben? So, was machen wir jetzt als erstes? Kacka machen? Oh ja, da sitzt er. Hallo. Hallo, ich mach kurz Kacka. Kurzes Mal Kekkerle hier mal. Weg damit. Hände waschen. Hände waschen. Was ist denn das hier? Sims oder was? Sims für fortgeschritten? Oha. Sushi haben wir. Okay, okay. Was ist denn das eigentlich für eine Spraydose da? Körperspray. Ah ja. Wunderbar. Ich will ja nicht stinken. Deswegen würde ich sagen... Wir gehen in die weite Welt. Aber erstmal machen wir überall das Licht aus. Warum ist denn überall das Licht an? Aber scheißig die Kohle oder was? Äh, lass mir. Lass mal mal rauskommen. Nutzen ihr Telefon, um ihren Terminkalender zu überprüfen, ihre Finanzen zu verwalten und Wohnungen zu kaufen. Sie können sich auch um einen Job bewerben und einen neuen Freund... Verwenden sie Phone, um ihr Telefon zu öffnen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es P. Ja. So, Mitteilung. Austin, ich habe gehört, dass du nach etwas zusätzlicher Arbeit suchst. Kommen Sie bei mir in Cutler vorbei, wenn Sie Zeit haben. Und ich gebe Ihnen die Details. What the fuck? What the fuck is the Cutler? Agenda? My new home. Apply for a job. Ich sollte mir lieber eine Arbeit tun. Wo ist denn das? Wo? Äh, haben wir hier Maps, irgendwas? Arbeitsplätze. Gabelstaplerfahrer. Ähm, wo ist denn jetzt hier das Cutler? Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich fahre mal. Hol mal den Aufzug. Ich fahre mal mit dem Aufzug und dann suchen wir mal diese scheiß Cutler oder was auch immer das ist. Und der hat ja da irgendwas für uns, ne? Der hat ja da irgendwas für uns. Weil wir müssen uns ein bisschen sputen. 24 Dollar ist nicht Fälle, ne? Was heißt denn diese Kleidung und die 50 da oben? Warum habe ich da bei Kleidung 50? Arbeiten. In der Stadt gibt es eine Vierteil von Arbeitsmöglichkeiten. Darunter halt die Klappe. So. Die Stadt bietet eine Reihe von Arbeitsmöglichkeiten, Wohnungen, Geschäftsmöglichkeiten, Geschäften und Unterhaltungsangebote. Mit ihrem Fahrzeug können sie das größere Gebiet von, äh, Setup Shores erkunden, das noch mehr Möglichkeiten und Annehmlichkeiten bietet. Ah, ist das toll. Das ist ja hier meiner, ne? Verwenden. So, haben wir hier eine Karte. Wir sollen ins Cutlass. Arbeit. Austin. Hallo? Hallo? Hä? Hä? Der ist doch bei uns hier. Ich seh... Ich seh doch überhaupt nicht. So, warte mal. Wie komm ich nicht raus? Park West, Park West. Megan Pawn. Medica. Kattler. Junge, kannst du mal aufhören, mir hier die Scheiße in den Weg zu schmeißen? Benutze das Telefon mal im Mobil. Hä? Da werde ich jetzt nochmal gucken. So, Mitteilung. Austin. Ich hab gehört, dass du nach etwas zu sehr Arbeit suchst. Kommen Sie bei mir in Cutler vorbei. Wenn Sie Zeit haben. Und ich gebe Ihnen Details. Cutler. Kann ich nicht jemanden anrufen? Immobilien, Dienstprogramm, Social. Oh, haha. Jade. Reggie. Amara. Dienstprogramm, was ist denn? Park West. Arbeitsplätze. Gut, ich hab noch nicht ganz verstanden. Was, wo, wie, im Cutlass und, ähm, ich geh einfach mal hier, ähm, Pizza. Ich versteh schon. Ich versteh das schon. Wo ist denn dieser Penner Austin, ne? Ich dachte, der hat was für uns. Das sind wir. Ich versteh das schon mal hier. Cutler Homeless Shelter. Homeless Shelter? Was heißt denn das? Henner Abteil, oder was? Der muss doch irgendwo sein. Hä? Homeless Shelter? So, ist hier... Ach, das ist diese Penner Abteil. Haben wir hier Austin, oder so? Hallo? Bist du Austin? Hallo? Ist hier ein Austin? Stone Cold Steve Austin. Hallo? Austin? Bist du Austin? Hier ist kein Austin. Der hier? Hallo? Mann, ey, da... Muss ich euch zu Tode blenden, oder wat? Das wird hier so nischt. Die geben hier keinen Job, ne? Dann scheißen wir drauf. Ich bewerbe mich erst bei der Pizza, Bruder. Und dann geht's los. Obwohl, warte mal. Ich bewerbe mich bei den Gabelstabler-Teilen. Arbeitsplätze. Gabelstabler. Acht Dollar die Stunde. Logistik ist auf rationalen Transportlösungen im ganzen Lande. Bla, bla, bla. Für einen Job bewerben. Bewerbung eingereicht. Wer rennt denn da immer durch mich durch? Ja, du kannst mich mal. Vermögenswerte. Hä, ist das doch nicht meins, oder? Null Bett, ein Bad, Garage. Eigentümer? Bin ich das? Ava? Was hat denn jetzt... Wie können wir Autos mitnehmen? Shore Casino? Aha. Vault? Vault Night Club. Geil. Lawson? Don't be a fancy by the new Lawson. Ah ja, okay. Fashion. Okay, okay, okay. Haben wir. War das hier mit den einstellen? Nebenjob, Navigation, Hintergrundfarben. Das ist mir eigentlich egal. Was sagt denn das Wetter? 33 Grad? Halt mal, ich habe eine Mitteilung gehabt. So, zeige ich her. Klein Max, vielen Dank für Ihre Behörden. Wir haben unsere Unterlagen angesehen und es sieht so aus, als ob sie für die Stelle, für die sie sich beworben haben, sehr gut geeignet wären. Sie fangen als Arbeiter an und wir freuen uns darauf, sie... Ich kann nicht weiter runter scoren, ne? Kann ich hier irgendwie... Hallo, das muss berufen. Wir freuen uns darauf, dass sie gehalten... Bla, bla. Wie kann ich denn hier runter? Was ist denn das für eine Scheiße? So eine Kacke. Wann fange ich denn an? Wie spät haben wir das? 14, 25... Alter, die Schichten sind alle vorbei. Gegenstand der Tagesordnung hinzugefügt. Gut, okay. Habe ich hier nicht schon einen Kalender oder sowas? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht mal, wo das ist, ne? Jetzt ohne Quatsch, wo ist das? Haben wir... Warte mal. Kann ich da irgendwie Arbeitsplatz... So, zu den Aufgaben gehören der Fachkunde, Umgang mit Gabelstaat... Ja, ist dann kein Problem. Kingswood. Kingswood, ich muss da hochfahren. Ich gucke mir das mal an. Wir müssen da mal hin. Alter, was ist denn hier los? War das in der Demo auch so überbevölkert hier? Macht mal Platz da! Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Ab dafür. Was ist das? Pontiac oder was? Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, wo wir sind. Wir fahren in die falsche Richtung, ne? Ja, ey, du. Ich bin neu in der Stadt. Ich muss mich doch erstmal zurechtfinden. Ich habe doch selber keine... I don't know. I don't know. Oh. Lass mich mal hier durchfeuern. Einmal durch die Stadt durch. Zack. Nur einmal kurz gucken, da. In der Demo konnten wir, glaube ich, nur den Pizza... Pizza-Job da machen. Warum hältst du die an mit? Mann, jo. Hier können wir tanken. Konnte nicht so schnell sehen. Was ist denn... Wo sind wir denn jetzt hin? Junge, ey, da ist das hier verwirrend. Wir hätten da irgendwo rin gemusst, ne? Ist doch nur die Tankstelle da, oder nicht? Hier ist doch ja kein Weg, ey. Da wollt ihr mich verarschen? Oh. Hier ist ein Weg. So, warte mal arbeiten. Da oben ist es. Ich fahr hier durch. Ich hab doch einen Offroader, Mann. Los, hoch da. Was ist denn jetzt? Regnet's? Fast nur ein Unfall. Na los hier. So, wo haben wir's? Da unten ist auch irgendwas. Austin. City Pizza, Austin. Guck mal, hier müssen wir hin. Es regnet. Nicht pünktlich zur Arbeit. Ist ja wohl ein schlechter Witz, ne? Lässt du mich bitte rein da? Danke. Ich glaube, ein schlechter Witz. Jetzt scheppert das hier auch noch. Muss ich ne halbe Offroad-Strecke machen. Um zu meinem Job zu kommen. Ey, ist das eine Scheiße, wirklich. Bin ich hier richtig? Ja. Ey, glaube ich, was am ersten Tag zu spät kommt. Befürchte ich. Na, da ist die Tanke. Da fahren wir erstmal nach Hause. Mal trinken, was essen, vielleicht duschen gehen. Und dann, ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Ich mach mal Licht an, ne? Damit die mich auch hier sehen. Obwohl ihr keinen Arsch fährt. Wo ist dieses Austin? Kattler-Use-Automobil-Mobil. The Station? Was wollte er denn? Mitteilung? Arbeit los, kommen sie bei mir im Kattler vorbei. Wenn sie Zeit haben. Ich habe gehört, dass du nach etwas zusätzlicher Arbeit... Was ist hier das Austin, Alter? Habt ihr das nicht ganz verstanden? So, rin hier. Rinn. Scheiße, da draußen. Das ist am Schütten, ey. Ich glaube es ja. Und am Fahrstuhl. Gut, okay. Das ist halt hier so eine richtige Lebenssimulation. Mit Job und duschen und Kacka machen. Und schlafen und Freizeit-Kack. Ihr wisst halt. Das ist Sims. Sims 2.0 so ungefähr. So, das hier war meine Hütte, wa? Die 4.05. Sag mal, regnet das hier rin? Wie spät ist es? 17.18. Zeit für eine Dusche. Wir machen uns frisch. Frisch fürs Bettchen. Schade, dass wir keinen Fernseher haben, ne? So, mal kurz Kacki machen. Ey, guck doch richtig entspannt dabei. Muss ich ja sagen. So, komm mal her hier. Wie sieht's denn aus mit hier? Wat is'n dette? Wat is dit? Currywurst, awat. Gefrorenes Hauptgericht. Eine schweißtreibende Kombination aus fett, fettem, hormonengespritztem Hühnerfleisch. Ah, okay. Hunger plus 20. Ich habe Durst. Haben wir zu trinken, Dank? Ich habe Hunger, ich habe Durst. So, jetzt müssen wir ein Börtchen. Wie spät ist es? Ja, es ist Zeit für das Bett. Schlafen bis... Wie? Wieso kann ich nur so beschissen wenig schlafen? Ist das zu... Der Bürogebäude, also die beiden, sind leer da drüben. Ne? Da ist gar nichts. Wow! Wir brauchen auf jeden Fall einen Fernseher. Damit wir so Unterhaltungsprogramm haben. Ne? Ausfahrt. Kann ich jetzt schlafen? Sag mal... Was soll denn das? Ich will länger schlafen. Wisst du was? Ähm... Geschäft. Urban Interaction. Mega... Sag mal, ich brauche ein Dings, ne? Ich brauche einen Laden. Ich will mir Nahrung... Nahrung kaufen. Nahrung und Getränke. Für meine 24... Mit den 24 Dollar... Muss ich mir doch irgendwas kaufen können. Hier muss es doch irgendwie... Banking, okay. Nightclub. Hallo? Jetzt schüttet ihr... Hier aus Eimern. Was haben wir denn da drinnen? Innenstadt. Was hast du denn so? Geschäft. Fernseher. Die Tür, ich weiß nicht, bitte. Tür-Crasher. Brauche ich... Ne, ich brauche... Lebensmittel. Was ist hier mit Medical... Simulantien... Antidepressiva, Alkohol, Entgiftung. Lungentransplantation... Magen-Bypass... Wo zur Hölle bin ich hier? Everyday Elektronische... Ladengeschäft. Haben wir nicht hier einen Supermarkt? Was ist das? Haben wir hier nix? Wir haben nix, um irgendwie was zu kaufen, ne? Geschäft. 17.500. Hau doch mal ab. Was ist das denn da mit? Was ist mit dir, Kollege? Wartest du schon lange? Ja, ist klar. Wirst du nicht bedient. Was ist das denn mit dir? Machst du hier noch... Entspannt? Wie lange ackert ihr denn? Mach da gleich zu, ne? Ist ja gleich 8. Aber so kriege ich nichts, ne? Ich brauche Essen. Ne, das ist ja homeless Scheiß. The Station. Audi. Ich habe darüber nachgedacht, mit dem Mahlen anzufangen. Irgendwelche Tipps? Fang mit einem... Was willst du denn jetzt von mir? So, Bier. Zack check. Was ist das hier hinten? Ja, okay. Wie dem auch sei, ne? Da sitzt eine Katze. Ach, ist das scheiße. Gut. Hat sie das wohl erlebt? Haben wir hier irgendwo auf dem Handy was? Taschenrechner, toll. Ne, das war ja nur Auto-Dreck. Vault, Nightclub. Ich verstehe das nicht, ne? Ich muss da hier irgendwie... ...was zu fressen kriegen. Hol den Scheiß-Aufzug. Ich glaube, wir gehen jetzt pennen. Ja, halb neune. Wir gehen pennen. Mal gucken. Dann könnten wir eigentlich auch die 7 Uhr Schicht machen, ne? Wenn's geht. Ich hab jetzt keine Zeit dafür. Oh, ich hab das Licht angelassen? Schlafen. Komm. Ey, bis 2 Uhr kann ich pennen. Warum? Was ist denn das für eine Scheiße? Wer will denn so wenig pennen? Ich pennen jetzt bis 2 Uhr. Ist mir egal. So, schlafen. Kann ich nochmal schlafen? Energie ist voll. Ein Nickerchen machen. Nickerchen machen. 14,83. Wieso hab ich so wenig Kohle? Warte mal. Arbeitsplatz. 2 bis 7 ist die Schicht? Was heißt denn Nickerchen? Kann ich nochmal ein Nickerchen machen? Wie lange geht ne? Okay, das geht nicht mehr. Wir haben Durst. Ist das eine Scheiße? Warum bin ich hier immer auf meinem Drecks-Handy? Zack. Energieriegel. Alle drin hier pfiffen. Mal kurz im Dunkeln duschen. So, jetzt schon. Mach mal auf hier. Oh, ist halt noch dunkel, ne? Ist ja morgens. Halb fünf. Okay. Ich hätte die Schicht machen können. Von 2 bis... Von 2 bis 7. So ne Kacke. Hab's nicht gesehen. Mann. Ich hab es leider nicht gesehen. Es tut mir leid. Wir fahren jetzt los. Da kommen wir an der Tankstelle vorbei. Dann können wir mal gucken, ob wir da uns was kaufen können. Aber 14 Euro... Äh, 14 Dollar und 83 Cent. Hat der da jetzt Miete abgezogen? Das wär ja richtig scheiße, ne? Weil das ist wenig. Sprit ist auch schon fast bei der Hälfte, ne? Scheiß Sprit-Schluckkarre, Alter. Halt an. Ist die Tanki offen? Lass mir die Rinder. So, was haben wir denn da? Kikst du nur, Blöde. Ah ja, okay. Wir haben Food. Mal kosten ja direkt. Fünfer, Alter. Fünfer. Einen Dollar. Kaufen. So. Wir kaufen drei Colas. 100 Hunger, ne? So ein Zehner. Dass der Wagen kommt. Was ist denn mit so einem Lotterie los? Was kostet das denn? Auch ein Fünfer. Ey, leg mir doch eine Fresse. Ich hab gedacht, vielleicht hat Glück. Der Wagen. Aus dem Wagen entfernen. Warum? Ich will doch... So, leg mir noch eine Cola. So. Zehner. Gut, okay. Wir wissen, wie wir uns das kaufen. Okay, was haben wir? Wie spät? Fünfer? Also, ja, ist schon halb sechs Slay. Äh, dann können wir ja... Verwenden. Oh, ey, das Spiel ist das viel, ne? Was du trinken musst. Aber no problemo. Mal wird denn das hier oben halt, äh, hell? So, wir fahren. Wir fahren zu unserem... Arbeitsplatz. Kommst du aus Arsch oder... Ähm, kommst du aus Arsch? Wie war'n das jetzt? Ja, doch. War richtig. Zack. 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 Hey, 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 Wolf, hey! Ja, wat denn nu? Mach enne. Alter, den schneckt der hier ohne rum. Ich glaube, ich spinne. So, hier sind doch schon welche. Kann ich nicht einfach damit rin? Ich bin der Neue. So, wie sieht's denn aus? Ich bin der Neue. Mann, ich bin pünktlich. Hab' dir gesagt. Arbeitsplatz. Zack. Szene. Gegenstand der Tagesordnung hinzugefügt. Warte mal. Agenda. Hier. Ich hab' eine Schicht für meinen Job übernommen. Ich sollte darauf achten, pünktlich zu kommen, um, äh, um meinen Lohn zu verdienen. Mach's so. Ähm. Oh, das wird hier nichts. Das dauert noch eine Weile. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Unseren ersten Arbeitstag machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir unsere Brötchen verdienen und dann geht das hier auch wieder los. Also mit fünf, knapp fünf Dollar können wir hier nicht leben. Das wird nicht. Aber egal. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 我們 jetzt mal ein paar français